Hallo liebe Reisefreunde, schön dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Diana und Frank von Just LolliDays. Wir reisen gerade mit unserem Wohnmobil der Ella durch Spanien. In diesem Video geht es in den Naturpark der Vulkane. Wir sehen eine idyllische Stadt, ein Dorf auf einem Felsen und die Mittelalterstadt Besalou. Wir begeben uns auf eine Reise in eine andere Zeit. Los geht's! Es geht nun zu unseren letzten drei Stationen in Spanien. Von Big aus sind es etwa 50 Kilometer bis Santa Pau. Wir fahren durch den Naturschutzpark der Vulkane Garoschka. Hier gibt es auf 120 Quadratkilometern 40 Vulkane, die nicht mehr aktiv sind. Der letzte Ausbruch fand vor 10.000 Jahren statt. Eine schöne Landschaft, die sich auch zum Wandern und für Fahrradtouren anbietet. Wir machen Halt in Santa Pau. Dies ist am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel wegen der schönen Lage und dem malerischen Dorfzentrum. Das Kastell stammt aus dem 13. Jahrhundert und in diese Zeit fühlt man sich zurückversetzt. Die hübschen Steinhäuser und die Arkadengänge sind wirklich malerisch. Die Kirche Santa Maria stammt aus dem 15. Jahrhundert und liegt direkt am Ochsenplatz. Hier verkauften früher die Bauern der Umgebung ihr Vieh. Musik 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 Diesen schönen Ort können wir sehr empfehlen und in der Woche ist auch nur wenig los. So kann man gemütlich den Ort erkunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Nur 20 Kilometer weiter geht es zum wohl bekanntesten Fotomotiv der Region. Bei der Anfahrt wirkt erstmal alles ganz unspektakulär und wir spazieren neugierig zum Aussichtspunkt. Dieses kleine Dorf ist eingerahmt von zwei Flüssen und thront steil auf einem Basaltfelsen. Durch die mittelalterlichen Steingebäude geht es weiter zur Kirche San Salvador aus dem 13. Jahrhundert und zum Aussichtsplatz. Hier geht es nun über 50 Meter steil hinunter. Ein schöner Ausblick auf die Vulkanregion und ein spektakulärer Blick auf das Dorf. Musik 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 Das ist die Friedenstaube, damit wir endlich mal Frieden auf dieser Welt haben. Das wäre schön. Anfassen und bringt mich. Musik 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 Weiteres hat dieses Dorf leider nicht zu bieten und so geht es weiter zum nächsten Ziel. Besalou ist nur 14 Kilometer entfernt und hier gibt es sogar einen Wohnmobil-Stellplatz direkt an der mittelalterlichen Stadt. Musik Der Stellplatz ist kostenlos und bietet eine Fähr- und Entsorgung und liegt direkt vor der markanten Brücke von Besalou. Musik Ein weiterer Parkplatz ist auch in der Nähe. Dieser ist wohl etwas beliebter, da er abseits der Straße liegt, aber auch unser Parkplatz vernacht sehr ruhig. So, wo sind wir? In Besalou. 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 Besalou Mucho. Kennt ihr doch alle. Besami Mucho. Besalou Mucho. Musik Die kleine Meidenvögel. Musik Über die markante Brücke aus dem 14. Jahrhundert geht es über den Fluss Fluvia in die Stadt. Die Brücke ist 105 Meter lang und mit Türmen gesichert. Der mittelalterliche historische Ortskern steht unter Denkmalschutz und diente unter anderem für den Film Das Parfum als Filmkulisse. Musik In Besalou ist es schon deutlich touristischer und insbesondere am Wochenende ist hier sehr viel los. Musik Musik Wir treffen hier zufällig und das ein zweites Mal auf unsere Zuschauer Heike und Josef und machen es uns erstmal in einem Café gemütlich, bevor das Wetter ist. Musik Wir rücken zusammen und warten erst einmal den Regen ab. Musik 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 Wir erleben eine schöne mittelalterliche Stimmung und finden Geschäfte mit einem entsprechenden Sortiment an Souvenirs. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Die romanische Kirche St. Vicente stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist recht schlicht, aber stimmungsvoll. Die romanische Kirche St. Vicente stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist recht schlicht. Die romanische Kirche St. Vicente stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist recht schlicht. So, sprich zu deinem Volk. Liebes Volk, abonniert den Kanal JustLoudies und es wird euch immer umdrehen. Vielen Dank. Applaus So einige Reisegruppen werden durch die Stadt und ihre Geschichte geführt. Was es mit den Stühlen hier auf sich hat, das hätte uns natürlich auch interessiert. Besalou ist auf jeden Fall ein Ausflug wert und ein schöner Abschluss unserer Reise durch Spanien. So, wolltest du in Immobilien investieren? Ja. Wolltest du das Wohnmobilleben aufgeben? Ja. In dein Haus, in einem festen Wohnsitz. Ich möchte meinen kleinen Vögelchen, wir nennen die Meisen auf Usedom unsere Ü-Arien-Vögel. Und dafür kaufe ich denen jetzt ein Haus. Wir haben zwar viele davon, aber ich wünsche mir echt, dass da so eine kleine Familie einzieht. Also gucken, ob die alle gut sind. Was kostet aus dem West? Also, ich habe jetzt für diese Würste, das sind hier Spezialitäten aus diesem Ort. 13,50 Euro bezahlt. Das sind verschiedene Geschmackssorten, einmal Knoblauch, Pfeffer, Natural und Kräuter. Und dann habe ich mir ein Haus gekauft. Für meine Ü-Arien-Vögel. Damit die im Sommer auch ein schönes Plätzchen haben. So, und der Immobilienpreis? Der Immobilienpreis liegt hier bei 7 Euro pro Quadratzentimeter. Gut, nicht was rechnen. Wie sieht das Auto denn aus? Das muss jetzt erstmal gewaschen werden. Wir machen uns startklar für die Weiterfahrt, tauschen noch einmal die spanische Gasflasche und füllen die Vorräte bei Mercadonna auf und fahren nach Frankreich. In Frankreich, was gibt es hier denn? Wir haben wieder heute Bock auf Austern. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Auch im nächsten Video gibt es viel zu entdecken. Und natürlich freuen wir uns wieder sehr auf eure lieben Kommentare. Bleibt fröhlich und gesund und macht euch schöne Lollidees. Wir sehen uns beim nächsten Video. Versprochen. Hertzschwilbild judges fünfmaldatsion. Schreibtatatatatatatatatatya. Schreibtatatatatatatatat politisch. Bis zum nächsten Mal.